Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid, heute zu einer neuen gespielt Folge hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch wieder fünf Spiele vorstellen und das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, das ist auch gleichzeitig mein persönliches Highlight dieser Folge. Es geht mal wieder um ein Deduktionsspiel, da schalten wahrscheinlich die ersten von euch auch schon direkt ab. Ich sage euch aber, das Spiel ist wirklich gut, es macht mir im Moment wirklich extrem viel Spaß und es geht natürlich um die Suche nach der verlorenen Spezies, The Search for Lost Species. Das Spiel ist der Nachfolger, der direkte Nachfolger von der Suche nach Planet X und es bedient sich eigentlich der gleichen Mechanik. Wir sind nur jetzt nicht mehr auf so einem Rondell unterwegs, also bei der Suche nach Planet X war der Weltraum ja in eine unterschiedliche Anzahl von Sektoren unterteilt und da in diesen einzelnen Sektoren musste man dann die jeweiligen Objekte finden und hier ist es jetzt so, dass wir auf einer Insel unterwegs sind und die Insel ist unterteilt in Hexfelder und nun haben wir halt 16 Hexfelder und auf jedem Hexfeld ist dann irgendwas, nämlich entweder ein bestimmtes Tier, es gibt da verschiedene Tierarten, es gibt Lories, es gibt Couscousse, es gibt Frösche, es gibt eine Python oder halt die verlorene Spezies. Und auch wie bei Planet X ist das Ganze wieder App angebunden, die App funktioniert wirklich klasse, tatsächlich sollte man sie aber auf Englisch stellen, auf Deutsch haben wir ein paar Bugs entdeckt, was die Himmelsrichtung angeht und so, deswegen, ja, falls ihr das Spiel habt, stellt es auf Englisch, dann seid ihr auf jeden Fall sorgenfrei unterwegs und dann ist es wie bei der Suche nach Planet X, dass wir, mal wenn wir dran sind, weil wir am wenigsten Zeit bisher am Tisch verbraucht haben von allen Spielern, dann können wir uns eine Aktion aussuchen und mit dieser Zeit verbrauchen und uns mit dieser Information holen und dann funktioniert es ähnlich wie bei der Suche nach Planet X, wir können entweder ein bestimmtes Feld befragen, das kostet dann sehr viel Zeit, dann wird uns gesagt, was dort ist, oder wir können eine Reihe von Feldern abfragen zu einer bestimmten Tierart und dann wird uns dann auch gesagt, wie viele von dieser Art dann da drin vorhanden sind und dann gibt es auch wieder solche Logikregeln, die wir beachten müssen, sowas wie, ja, Lories sind immer in einem bestimmten Pattern unterwegs, Kuskusse sind nie mehr als zwei Felder von den anderen beiden Kuskussen unterwegs, neben einem Frosch sind immer zwei leere Felder, solche Dinge und dann müsst ihr mit den Informationen, die ihr bekommt, klarkommen und, ja, deduzieren, wo denn die verlorene Spezies sein könnte. Im Gegensatz zu Planet X gibt es so ein paar Neuerungen, die ich eigentlich ganz cool finde, die man aber auch ein bisschen diskutieren muss tatsächlich, denn es ist so, dass wir jetzt, wenn wir eine Forschung machen, das gibt es ja bei dem Planet X auch, dann gehen wir jetzt in die Stadt und dann können wir wieder, ja, so ein Forschungsthema uns aussuchen und dann noch eine Zusatzinformation bekommen, aber wir bekommen jetzt auch eine zusätzliche Karte, die wir uns aus einer Auslage von vier Karten aussuchen können und diese Karten haben unterschiedliche Effekte. Da gibt es Spielende-Effekte, bei denen wir dann zusätzlich Punkte bekommen für richtige Tipps, die wir abgegeben haben zu bestimmten Tierarten. Es gibt Fort-Effekte, wo wir dann noch vielleicht eine zusätzliche Forschung machen können, aber es gibt auch permanente Effekte und da muss ich sagen, es gibt einen permanenten Effekt, der sagt, dass die Aktionen eine Search by Foot machen, also quasi innerhalb der Insel ein bis drei Felder abfragen, was denn da ist, also die etwas stärkere Aktion von den beiden Aktionen, bei denen man nur etwas über die Anzahl von den Sachen erfährt, die man da quasi abfragt, die ist ein günstiger und zwar permanent und das finde ich extremst stark. Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, fünf, sechs Mal gespielt, ja, vier, fünf Mal gespielt und ich glaube, wenn ich mich nicht richtig entsinne, hat jedes Mal derjenige die Partie gewonnen, der diese Karte hatte, weil man mit dieser Karte, ja, man kann jetzt nur auch auf die Inselfelder in der Mitte, ohne die Küstenfelder zu betreten zu müssen oder nur diese Küstenfelder, um, ja, betreten zu müssen, quasi eine sehr günstige Aktion machen und sehr viel Informationen sich holen. Ich finde das tatsächlich, wenn man das am Anfang gespielt bekommt, ist es unglaublich stark. Ich habe, ich bin auch kurz davor, diese Karte tatsächlich rauszunehmen und so ein bisschen House-Ruling zu betreiben und, ja, da würde mich mal interessieren, falls ihr das schon mal gespielt habt, ob euch das auch so ging oder ob bei euch diese Karte eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich werde auch tatsächlich nochmal in den Foren gucken, vielleicht gibt es da ja Diskussionen, vielleicht gibt es ja auch eine Rata, die ich noch nicht kenne, aber da muss ich sagen, ja, vom Balancing her, ich finde diese Karte viel zu stark, aber vielleicht ist es auch einfach Zufall gewesen, ja, die vier, fünf Partien sind aber wahrscheinlich auch statistisch noch nicht so richtig, ähm, ja, auswertbar, daher, ja, will ich da jetzt nicht zu voreilig sein, aber ansonsten muss ich sagen, das Spiel ist mega, ich finde es viel thematischer als die Suchen nach Planet X, weil es halt auf dieser Insel spielt, weil wir diese Tierarten suchen, außerdem die verlorene Tierart, die wir suchen, die hat auch zusätzlich immer noch eine Logikregel und da gibt es verschiedene, ja, verschiedene Lost Species, die wir suchen können, das heißt, da habt ihr dann auch so ein bisschen Abwechslung, Schwierigkeitsgrad wird, ja, wieder durch die Einzahl der Tipps, die man am Anfang bekommt, so ein bisschen gebalanced, es gibt auch noch eine zweite Insel, die dann vielleicht ein bisschen leichter ist, weil sie weniger Inselfelder in der Mitte hat. Ja, tolles Ding, ist ein absolutes Highlight bei mir im Moment, ähm, kommt zu jeder Sekunde quasi auf den Tisch, wenn jemand ein Deduktionsspiel spielen möchte oder mitspielen möchte, dann, ja, ist das quasi der Vorschlag der ersten Wahl, so, äh, muss ich sagen, ganz, ganz cooles Spiel, habe ich mich richtig gefreut, dass das jetzt auch auf Deutsch rausgekommen ist, ich habe tatsächlich nur die englische Version hier liegen, aber, ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr ein cooles Deduktionsspiel sucht, das kann ich nur empfehlen. Dann das zweite Spiel, von dem ich euch berichten möchte, das ist ein skreines Zweispielerspiel, was wir jetzt nach einiger Zeit endlich mal wieder ausgepackt haben, ich musste mich nochmal kurz in die Regeln von Caper Europe reinfinden, aber dann, ja, wenn man sich die ersten Seiten anguckt, dann kommt das doch relativ schnell wieder und ich habe irgendwie vergessen, wie genial dieses Spiel eigentlich ist. Bei Caper Europe spielen wir Gaunerbanden und, ähm, man kann sich immer am Anfang eine Stadt aussuchen, in der das stattfindet, diese einzelnen Städte haben, ja, zu den einzelnen Kartenstapeln, tragen die einzelne Karten mit bei, die dann, ja, spezielle Effekte haben, die dann quasi nur in dieser Stadt getriggert werden und, äh, die Orte, die man mit seinen Gaunerbanden besucht, die haben dann auch nochmal unterschiedliche, ja, spezielle Wertungen, möchte ich sagen. Es ist allerdings tatsächlich gar nicht gesagt, dass, wenn ihr euch zum Beispiel für Barcelona entscheidet, dass ihr auch einen Barcelona-Ort auslegt, denn, ja, es sind immer nur so ein paar Karten, die dann quasi pro Ort in die Standardstapel mit reingemischt werden. Und bei Caper Europe funktioniert es so, dass wir immer zwei unterschiedliche Phasen abwechselnd haben. Wir haben immer eine Gaunerphase und wir haben immer eine Ausrüstungsphase und dann bekommen wir am Anfang, es fängt mit dieser Gaunerphase oder diese Diebesphase an, bekommen wir eine bestimmte Anzahl von Gaunern auf die Hand und die können wir dann an die unterschiedlichen Orte ausspielen. Wir können mal eine Karte ausspielen nacheinander und dann tauschen wir die Handkarten und das machen wir dann so lange, bis wir nur noch eine Handkarte auf der Hand haben. Die wird dann abgelegt und so hat man dann am Ende der ersten Runde eine bestimmte Anzahl von Gaunern vor sich liegen an den unterschiedlichsten Orten und dann kommt immer abwechselnd eine Ausrüstungsphase und da bekommen wir dann Ausrüstung, die wir an die Gauner spielen können. Die haben dann unterschiedliche Farben, unterschiedliche Effekte. Dann geht es noch darum, dass wir den Gaunermarker, der an jedem Ort liegt, auf unsere Seite ziehen, damit wir den Ort am Ende des Spiels werten können. Dann wollen wir natürlich noch irgendwie bestimmte Wertungsmechaniken da triggern. Also wir wollen verschiedene Sets sammeln. Wir wollen dann noch so Beutemarker sammeln, die uns dann nochmal Punkte bringen. Dann gibt es die verschiedensten Mechanismen. Wir können auch den Gegner tatsächlich sehr gut ärgern, indem wir Karten verbrennen von ihm. Hat er zum Beispiel gerade eine Geldkarte gespielt, um sich viel Geld zu holen und sich dann irgendwie einen coolen Ausrüstungsgegenstand anzulegen. Dann kann man auch sagen, so pass mal auf, ich burn deine Geldkarte und dann muss er das Geld wieder zurückgeben oder man bekommt irgendwie selber das Geld von ihm, wenn man sich Geld holt und nichts mehr im Vorrat liegt. Also da gibt es so ein paar coole Mechanismen, bei denen man sich ziemlich cool ärgern kann. Es ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen in diese Sparte von diesen Zweispieler-Duellspielen, aber hat einfach sehr viel mehr Spiel noch und sehr viele unterschiedliche Schauplätze, die man beachten muss und bei denen man dann, ja, die Karten gut einschätzen muss, um die dann im richtigen Moment dann auch zu spielen. Hat natürlich auch diesen Memory-Effekt, den ich tatsächlich nicht so schön finde. Das fand ich auch schon bei Beer & Bread nicht so toll. Dieses, wenn man dann die Handkarten tauschen muss und man sich dann merken muss, okay, was hat mein Gegner jetzt auf der Hand, was könnte er jetzt spielen, ja, was bekomme ich gleich auf die Hand, okay, ich bekomme gleich teure Karten auf die Hand, das heißt, ich hole mir jetzt irgendwie Geld. Ah, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend, aber ansonsten tolles Game. Ich finde auch das Material klasse, es sieht alles top aus, hat ein supergeiles Insert, eine kleine Schachtel mit sehr viel Spaß. Ein Caper Europe, wirklich eines der besseren Zweispielerspiele, die es im Moment gibt. Das dritte Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist ein Prototyp, der mir zugeschickt wurde, bei dem ich gesagt habe, ja, das klingt ganz interessant, das gucke ich mir mal an und dann werde ich mal in meinem gespielt Video darüber berichten, wie ich es fand. Und Einzelvideo, ja, muss ich immer gucken bei solchen Prototypen, das ist jetzt auch ein Kickstarter, der Ende Februar startet, den verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr da einen näheren Blick drauf werfen wollt auf die Kampagne. Ich habe keine Infos über die Kampagne, ich möchte euch einfach nur von dem Spiel erzählen und wie ich es fand und dann könnt ihr ja selber überlegen, ob das für euch spannend ist oder nicht. Und ja, es geht dabei um Jakarta Traffic. Das ist hier ein Vorabexemplar, ja, was ich mir angeguckt habe. Ich habe es jetzt zweimal gespielt und glaube auch, dass ich so einigermaßen alles gesehen habe. Es sind, glaube ich, auch ein paar Erweiterungsmaterialien hier in der Box gewesen, aber ich habe nur eine Anleitung für die Space Game per PDF zugeschickt bekommen. Also da kann ich auch nur über das reine Grundspiel dann auch reden. Und ja, wir schlüpfen hier in die Rolle eines Mopedfahrers und wollen quasi einen Lieferdienst betreiben, beziehungsweise ja, wir sind einfach ein Auslieferzufahrer, ein Auslieferfahrer, ein Fahrer, der Sachen ausliefert. Naja, so, wir wollen Personen von A nach B bringen oder wir wollen Waren von A nach B bringen. Und das funktioniert so, dass wir Jakarta als Map da haben. Diese Map besteht aus ganz vielen kleinen quadratischen Teilen, so ähnlich wie diese hier von Nunatak, die ich auch schon mal, glaube ich, in die Kamera gezeigt habe. Ich kann es auch einfach rauspacken, damit ihr das direkt seht. Das sind quasi solche Teile. Da haben wir ja ganz viele in so einem großen Raster und auf diesen Teilen ist dann quasi auch die Jakarta-Map oder das Straßennetz abgebildet, also wo wir überall mit unserem Moped längs fahren können. Das ist quasi dann so eine Art Rohrsystem. Und dann ist es so, dass wir diese verschiedenen Aufträge erfüllen wollen. Es geht immer darum, dass wir Waren irgendwo abholen an bestimmten Orten. Die liegen auf der Karte irgendwo rum. Das verbraucht dann erstmal Energie, wenn wir die aufnehmen und dann gibt uns so eine Übersichtstafel an, welche Ware an welchen Ort möchte und wie viele Punkte wir dann dafür bekommen. Jedes Mal, wenn jemand einen Auftrag abliefert, verändert das sich auch, weil diese Waren dann so durchrotieren. Das heißt, ja, liefert jemand die Ware A nach Ort Z, ändert sich das Ziel der Ware B, weil das dann nicht mehr Y ist, sondern dann ist es halt irgendwie X. Also wir haben eine ganz schöne Dynamik drin, in diesem, was wohin muss und was wie viele Punkte dann gibt. Und nun ist es so, dass wir uns eigentlich im Grunde genommen immer von Ort zu Ort bewegen können. Wir können aber vorher immer eins von diesen Teilen, die wir auf dem Board haben, entweder austauschen mit eins von den Teilen, die wir noch auf der Hand haben, oder wir können die Teile eins von den Teilen drehen, sodass sich quasi das Rohrsystem dadurch auch noch ändert. Das ist so ein bisschen, das erinnert sich mich so ein bisschen an dieses Spiel mit den Alpakas, Pachacuna, oder wie das heißt, das habe ich ja, Pakachuna, wo wir ja auch solche, uns so einen Weg bahnen müssen und dann immer Plättchen drehen können. Und auch hier können wir dann natürlich dem Gegner so ein bisschen, ja, Steine in den Weg legen, indem wir irgendwie ein Plättchen drehen, damit er dann irgendwie in seinem nächsten Zug nicht mehr einfach an Ort A oder B kommt. Ja, es ist so ein fröhliches, fröhliches, wir bauen uns hier so einen Weg überall auf der ganzen Stadt, wir bauen uns dieses Rohrsystem, wir müssen so ein bisschen überlegen, okay, für die Ware, da komme ich zwar schnell hin, aber da kriege ich irgendwie wenig Punkte, aber ich muss sie auch nicht sofort abliefern, sondern ich kann sie auch erst mal aufnehmen und dann kann es ja sein, dass sich diese ganze Rotation da in Bewegung setzt und dann kriege ich vielleicht irgendwie später mehr Punkte dafür. Also, da gibt es auch verschiedenste taktische Möglichkeiten. Ich glaube, ja, zu zweit haben wir es gespielt, jetzt zweimal. Also, es hat, ich glaube, zu dritt ist es besser, würde ich sagen. Ich glaube, mit mehr Spielern macht das mehr Spaß, weil es dann, ja, so ein bisschen dynamischer ist und, ja, es ist ein sehr schönes, seichtes Kennerspiel, so ein schönes Pick-up-and-Deliver und ich muss sagen, tatsächlich finde ich das Thema ganz erfrischend. Also, dieses, dass wir in Jakarta sind, dann haben wir noch so ein Mobiltelefon als so ein, ja, als Auslage, als so Ablage für unsere Waren. Dann haben wir noch so Energiemarker, weil wir immer Energie verlieren. Die müssen wir dann zwischendurch mal aufladen. Je nachdem, ob wir andere Leute besuchen, also auf den gleichen Feldern stehen, kriegen wir dann noch Energie. Das macht dann halt im Zweispielerspiel tatsächlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn man sich auf einem Feld trifft mit dem anderen Spieler, kriegen halt beide Energie und dann, also, ich weiß auch nicht, das macht irgendwie wenig Sinn. Ich hab, ja, fand ich ein bisschen schräg. Es ist tatsächlich überhaupt nicht, es skaliert halt überhaupt nicht mit unterschiedlicher Spielerzahl, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Daher glaube ich tatsächlich ja, mit drei, vier Spielern, das ist, glaube ich, ein bisschen lustiger und ein bisschen, ja, anspruchsvoller auch, was so die Wegfindung angeht. Ja, nettes Game. Schaut euch auf jeden Fall mal den Kickstarter an. Ich, wie gesagt, ich verlinke den unten und dann, ja, schauen wir mal, was das so in der Zukunft bringt. Das waren die ersten drei Spiele dieser Gespielt-Folge und jetzt ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich hab nämlich gesehen, dass die meisten von euch meinen Kanal noch gar nicht abonniert haben, die hier meine Videos gucken. Das sagt mir die geheime Statistik in meinem YouTube-Studio und da möchte ich euch natürlich animieren. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und ab geht's mit dem nächsten Spiel. Dann hab ich mir die Solo-Reihe 4-1 angeguckt, im Speziellen jetzt mit 4-1 schwarze Rosen. Ich hatte schon zur Messe berichtet, dass Schmidt-Spiele hier so eine Spielereihe rausbringt. Da gibt es noch die Kniffel, Number Up und Galactic-Versionen von. Und ja, das sind alles Spiele, bei denen wir so ein Challenge-Heft haben. Das hier ist jetzt das für schwarze Rosen. Und diesem Challenge-Heft haben wir unterschiedliche Level, die ja das Spiel dann auch tatsächlich von den Spielregeln her teilweise noch mal ändern, die von den Schwierigkeitsgraden unterschiedlich sind und bei denen wir dann natürlich unseren Highscore knacken wollen irgendwie. Und ich hab endlich mal, ich hab endlich mal eine ruhige Minute gefunden, um es mir eine Stunde lang reinzuziehen. Und ich bin eigentlich ja überhaupt kein Solospieler. Das Einzige, was ich vielleicht ab und zu mal mache, ist irgendwie ganz schön clever in der App spielen und da meinen Highscore knacken. Aber ich muss sagen, hier mit dieser Hilfe des Challenge-Heftes und auch mit diesen wirklich sehr einfachen Regeln klappt es doch ganz gut. Ich hatte überhaupt keine Probleme, was so diese Administration angeht, was ich ja sonst immer habe, wenn ich Solo spiele, wo ich dann immer denke, so, hä, okay, wo war ich gerade? Und ah, jetzt hab ich einen Fehler gemacht, jetzt muss ich irgendwie nochmal von vorne anfangen. Das war hier tatsächlich nicht so. Ja, was machen wir hier bei Schwarzer Rosen? Das ist so, wir haben hier so ein Blumenbeetbrett und auf dieses Blumenbeet wollen wir solche Blumenplättchen platzieren. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir immer ein verdecktes Plättchen ziehen. Auf diesen verdeckten Plättchen sind unterschiedliche, ja, in unterschiedlichen Kombinationen diese Blumen zu sehen und wir wollen dann möglichst viele Dreierreihen bilden. Also wir wollen immer drei Blumen aneinander bilden, um dann entweder, ja, ich glaube, ein oder zwei Punkte zu machen, je nachdem, um welche Blume es sich handelt. Relativ einfaches Spielprinzip, ist aber dann doch relativ knifflig, weil man wirklich aufpassen muss, zum einen vom Platz her, also es sind ja immer so Doppelteile und ja, es kann dann sein, dass man das dann so blöd baut, dass man am Ende einen Teil gar nicht mehr legen kann, weil man keinen Platz mehr hat. Und man möchte dann natürlich auch schauen, dass man nicht irgendwie die Blumen so ineffektiv baut, weil wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Blumen aneinander habe, dann bringt mir das überhaupt nicht mehr, als wenn ich drei Blumen aneinander habe. Ja, ein sehr schönes, kleines, kniffliges Puzzlespiel. Glaube ich, kann man relativ lange daran Spaß haben, wenn man dann hier die 20 Level irgendwie einmal durch hat und dann macht man sie noch mal durch und dann macht man sie noch mal durch und dann guckt man halt irgendwie, ja, was so der Highscore ist. Auch ganz cool. Sie haben hier, es gibt hier immer so Zeilen für auch unterschiedliche Spieler, das heißt, ihr könnt halt auch irgendwie mit euren Liebsten da eine kleine Challenge draus machen. Der eine nimmt dann immer die erste Spalte, der andere die zweite beziehungsweise, ja, Spalte und ja, könnt ihr so einen kleinen Wettlauf draus machen. Ja, ganz witziges, kleines Ding. Wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Nicht, dass es untergegangen ist, weil ich es ja vor der Messe auch angekündigt hatte, dass ich mir das angucke. Habe ich jetzt gemacht und ja, für gut befunden. Ich werde es, weil ich halt kein Solospieler bin, tatsächlich nicht jetzt dauerhaft spielen, aber ja, mal so zwischendurch kann ich mir gut vorstellen. Ja, und beim letzten Spiel muss ich sagen, endlich habe ich es auch mal gespielt. Ich habe es mir endlich angeguckt. Mischwald ist bei mir eingezogen. Ja, der Hype war ja unglaublich groß. Vor der Messe schon, während der Messe die Schlangen an den Mischwald ständen bis zum geht nicht mehr. Also wirklich, ich weiß nicht, wie lange man da anstehen musste. Das hatte schon fast Disney-Locana-Dimensionen, naja, nicht ganz, aber ich fand schon, dass es war doch relativ beliebt und ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, die meisten von euch es mittlerweile auch entweder gespielt haben oder es bei sich auch zu Hause liegen haben. Und ich muss sagen, ja, Mischwald ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Also, ich verstehe zwar den, den, diesen Hype nicht ganz, weil ich es wirklich, ich finde es ein wirklich gutes Spiel, aber, ja, es ist einfach, ich habe auch schon viele andere gute Spiele gespielt, die nicht so gehypt wurden. Ähm, natürlich das Naturthema, das ist toll. Ähm, dieses mit den Bäumen, also vielleicht auch nochmal ganz kurz, was machen wir eigentlich? Es geht darum, dass wir einen Mischwald aufbauen oder einen Wald aufbauen. Wir haben so Bäume-Karten, die können wir bei uns in die Auslage spielen und dann gibt es noch Tierkarten, Tier- und Pflanzenkarten und die können wir dann immer an die Seiten der Bäume spielen. Also wir haben natürlich vier Seiten, oben, unten, links, rechts und dann können wir je nachdem, ähm, ja, was auf dieser Karte zu sehen sind. Diese Karten sind immer zweigeteilt, immer entweder in der Mitte einen Strich, horizontal oder vertikal und dann können wir sie halt immer links, rechts, oben oder unten dran spielen, müssen Kosten bezahlen und diese Karten haben dann unterschiedliche Effekte. Es gibt Karten, bei denen es darum geht, möglichst viele, äh, gleiche Bäume zu haben. Es gibt Karten, so Set Collection-mäßig Sachen oder es gibt Karten, die, äh, wenn ich die eine Karte habe, dann brauche ich auch die andere Karte noch oder es gibt so einen Bären, der dann irgendwie alle Karten aus der Auslage in seine Höhle bringt, um die als Punkte zu sichern. Da gibt es wirklich sehr viele Punkte-Mechanismen, sehr viele verschiedene Punkte-Mechanismen, mit denen man dann wirklich, ja, ja, taktieren kann, mit denen man ein bisschen seine Strategie verfolgen kann und ich finde, das ist auch so der Reiz bei dem Spiel, wo ich dann sage, ja, okay, heute, heute möchte ich mal auf Fledermäuse gehen, heute mache ich so die Fledermaus-Taktik oder heute mache ich nur Schmetterlinge oder Schmetterlinge sind irgendwie mein Fokus oder, ja, ich mache jetzt, ich will Pilze, irgendwas mit Pilzen, die bringen permanente Effekte und da gibt es wirklich sehr unterschiedliche, ja, Ideen, wie man da an Punkte kommen kann, wie da die beste Taktik ist. Natürlich ist es, äh, ne, man zieht irgendwie Karten und dann hat man vielleicht zufällig drei Schmetterlinge auf der Hand, dann bietet es sich natürlich an, äh, auf Schmetterlinge zu gehen, da ist es dann so ein bisschen, das Spiel spielt einen so bisschen oder gibt einem natürlich so ein bisschen vor, in welche Richtung man gehen sollte und es ist auch immer noch so ein bisschen Glück dabei, aber das ist ja völlig egal. Es ist einfach ein super schönes, kleines Kartenspiel mit wirklich schönen Illustrationen, super flott gespielt, sehr einfache Regeln, bisschen viel Text am Anfang für Einsteiger, würde ich sagen. Ähm, die Symbolik ist auch immer nicht so ganz einfach mit diesem, ja, okay, wenn du das bezahlst in den Karten, kriegst du noch einen Zusatzeffekt, äh, muss ich sagen, ja, hat dann doch auch ein gewisses Niveau, also, ähm, ich anfange erstmal ihre Probleme damit haben, das zu verstehen, vor allen Dingen auch bei der Vielzahl der Karten, aber, ja, super Game, also, muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut, spielen wir auch ab und zu noch, ist es jetzt nicht so der Dauerbrenner tatsächlich, aber Mischwald ist ein sehr schönes Naturspiel und, ja, für so, für so zwischendurch wirklich, ähm, eine tolle Sache. Das waren wieder fünf Spiele, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe, vielleicht war das eine oder andere, ja, für euch dabei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt für das Video, wenn ihr einen Kommentar lasst, ein bisschen Feedback oder, ja, was habt ihr in den letzten Tagen und Wochen gespielt, das interessiert mich auch immer wieder zu lesen und, ja, würde mich natürlich, es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Ich hatte hier zwei Vorschläge, einmal ein gespielt Video aus den letzten Tagen und Wochen, vielleicht ist das was für euch und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt, das ist sicher was für euch, denn der YouTube-Algorithmus weiß, was ihr wollt. Glaubt mir. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Ciao, ciao.